Eine Neuauflage der Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein wird es nicht geben. Die Sondierungsgespräche zwischen CDU, Grünen und FDP sind wohl gescheitert. Er bedauere dies außerordentlich, sagte Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU. Er hätte das Dreierbündnis gern weitergeführt, obwohl er nur einen Koalitionspartner benötigt, um Regierungschef zu bleiben. Untertitelung des ZDF, 2020